Guten Tag, liebe Kollegen, begrüße euch zur Pressekonferenz, zum Pressegespräch vor dem Heimspiel des Halleschen FC gegen den VfB Lübeck. Am Samstag, 14 Uhr, Trainer Florian Schnaubenberger Platz genommen. Das Mikro ist schon bereit, offensichtlich. Reihenfolgeänderungen, das ist natürlich anmaßend, weil Herr Rössler hat eigentlich das Recht der ersten Frage. Aber bitte, aber bitte, kann losgehen. Ja, ich frage mal direkt zum Personal. Gibt es da was Besonderes zu verwenden? Also Marcel Titsch Rivero, der konnte ja Anfang der Woche nicht mittrainieren. Ist der dann trotzdem eine Option auch für die Startelf? Boah, Startelf besprechen wir hier sowieso nicht. Aber zur Personalsituation ist so, Tobias Schilk, Toni Lindenhahn, weiter fehlen. Sven Müller macht deutliche Fortschritte. Da sind wir optimistisch, dass er vielleicht nächste Woche sogar in Mannschaftstraining zurückkehren kann. Aber das noch alles ohne Gewehr. Laurenz Dehl hat Probleme mit den Adduktoren. Seit Montag haben wir jetzt aus dem Training rausgenommen. Wird wahrscheinlich zu früh sein, sodass wir eher davon ausgehen, dass er nächste Woche zurückkommt. Und bei Julian Guttau ist es so, jetzt haben wir die Probleme mit dem Zehen in den Griff bekommen. Jetzt hat er aber eine leichte Verhärtung im Oberschenkel. Von daher müssen wir jetzt mal gucken, wie die beiden Tage noch werden. Alle anderen sind soweit im Training. Und ja, wir freuen uns, dass wir im Moment auf dem Rasenplatz trainieren können. Und kann uns nur gut tun, wenn wir damit unseren Rhythmus, unseren Trainingsrhythmus irgendwann finden. Zum Gegner, also der Tabellenletzte Lübeck reist an. Wie erwarten Sie denn den Gegner konkret? Ich finde, man sollte in der Liga nie den Fehler machen, nach Tabellenplätzen zu urteilen. Weil Lübeck auch in der Hinrunde, ich glaube, nach dem Spiel gegen uns, sehr, sehr umkämpft war, wie wir alle wissen. Weil er in der letzten Minute mit 3 zu 2 für uns entschieden hat. Dann gab es noch mal 10 Minuten Nachspielzeit. Wegen einer kaputten Eckfahne und einer Platzwunde, die wir damals hatten. Also er war in einem ähnlichen Fight. Und Lübeck schon gezeigt hat, dass sie gute Mannschaften schlagen können. Da war in der Hinrunde, war da Viktoria, Köln, Fehl dabei, Bayern. Auf keinen Fall werden wir die Mannschaft unterschätzen. Wird eine Mannschaft sein, die eine gute Mentalität hat. Die immer wieder auf den Platz bringt. Die gefährlich ist, mit ihren schnellen Spielern nach Ballgewinn im Umschalten. Und alles andere ist natürlich auch davon abhängig, was können wir auf den Platz bringen. Und ich denke, wir haben das eine oder andere gesehen, was wir besser machen wollen. Und wenn uns das gelingt, ist unser Anspruch natürlich auch der, das Heimspiel hier zu gewinnen. Sehr klar. Noch mal zum Gegner. Jetzt war ja ein bisschen Unruhe da im Umfeld. Der Vizekapitän wurde suspendiert. Erwarten Sie dann doch, dass da eine bestimmte Reaktion vom Gegner auf den Platz kommt? Dass das ein Faktor sein könnte? Ja, das werden wir dann sehen. Aber wie ich gerade Lübeck beschrieben habe, so erwarten wir ihn auch. Er wird eine Mannschaft sein, die alles geben wird. Das haben sie in jedem Spiel getan. Warum es dann in dem einen oder anderen Spiel nicht zu mehr Punkten gereicht hat, das ist nicht unsere Aufgabe, ist wichtig für uns, eine gute Leistung hier abzuliefern, eine bessere als letzte Woche. Ich bin aber optimistisch, dass es uns das gelingen kann. Und dann wäre es sehr, sehr schön, wenn wir mal wieder in einem Heimsieg landen würden. Ja, Sie wirkten ja etwas, sagen wir mal, unentspannt. So Anfang der Woche. Geht es denn wieder? Also Anfang der Woche war ich schon entspannt, aber am Wochenende eher unentspannt. Ja, das ist schon so, weil er uns seit ein paar Tagen beschäftigt hat und geärgert hat, weil wir kein gutes Spiel gemacht haben und dann verloren haben. Wir sind nach Metten gefahren und wollten Punkten oder unsere gute Statistik erhalten, über die wir vorher gesprochen haben. Das ist uns nicht gelungen und dann ist man natürlich enttäuscht, aber auch verärgert. Ansonsten habe ich mich dann wieder beruhigt, weil ich auch weiß oder wir auch wissen, wie wichtig das ist, mit der nötigen Lockerheit an die nächsten Aufgaben ranzugehen. Ich möchte trotzdem nochmal auf diese Konstellation eingehen. Ich meine, jemand, der Letzter der Tabelle ist, steht irgendwo, wenn es nicht gerade nach dem zweiten oder dritten Spieltag ist, ja nicht umsonst da unten. Also irgendwas muss sie ja dahin gebracht haben. Und am Ende fragt man sich natürlich auch, gegen wen willst du denn jetzt hier den ersten Sieg seit FCM hier wieder einfahren, wenn nicht halt gegen den Tabellen letztens. Ist das jetzt auch so ein, doch mal ein Anlass zu sagen, also wir setzen mal wirklich jetzt mal volle Pulle Offensive und versuchen hier mal wirklich ein Feuerwerk abzubrennen? Also generell sehe ich gewisse Dinge immer nicht so dramatisch, weil ich immer versuche, alles realistisch einzuschätzen. Und ich habe gerade eben schon gesagt, wir sollten Lübeck auf keinen Fall unterschätzen und auf keinen Fall in diese Kontersituationen permanent reinlaufen, wenn wir Ballverluste haben. Dass wir uns in gewissen Phasen des Spiels verbessern wollen, ob das die Passqualität ist, wir können besser flanken, dann glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mehr Tore erzielen als zuletzt groß. Ansonsten, wir haben ein Spiel verloren, damit waren wir gar nicht zufrieden. Aber das ist auch kein großes Drama bei mir jetzt ausgebrochen. Ich habe irgendwie gelesen oder gehört, wie war das keine Entwicklung bei uns. Ich sage, wir haben aktuell einen Punkt weniger, wie damals, wo wir angefangen haben, nach 30 Spieltagen, da hatten wir 33. Von daher bin ich immer ein positiv eingestellter Mensch und sage, in den nächsten fünf Spielen können wir auch eine Menge Punkte holen. Und so gehen wir auch den Samstag an. Und dann haben wir ja vielleicht doch eine Entwicklung. Das ist jedenfalls unser Ziel. Ja, ich habe den Artikel auch gelesen, da ging es ja tatsächlich mal um den Punktevergleich. Und die Situation wurde in der letzten Saison ja nun von allen Seiten als dramatisch eingeschätzt. Und jetzt war ja wohl der Eindruck, hier schätzen es manche als vielleicht zu wenig dramatisch ein. Ist denn die Botschaft, die Sie ja wohl auch transportieren wollten, Leute, jetzt lehnt euch hier nicht zurück und denkt, oh, das ist schön, wir machen das schon, das läuft schon. Warum ist die angekommen? Also nochmal, wir haben ein Spiel verloren, waren damit nicht einverstanden. Ich bin kein Freund davon, jetzt zu sagen, die nächsten fünf Spiele holen wir einen Punkt, weil die wollen wir erst mal spielen. Und danach kann man immer noch reden. Das ist schon mal eine ganz, ganz andere Voraussetzung. Wir befinden uns immer noch in Zeiten von Corona. Das wird auch immer schnell vergessen. Der Verein macht aktuell einen richtig guten Job. Wenn wir so rauskommen, wie jetzt im Moment die Prognosen sind, dann kann der eine oder andere sich richtig auf die Schultern klopfen. Und zum Sportlichen, wir werden nie den Fokus verlieren für das Tagesgeschäft. Und wir wissen ganz genau, wie die Liga auch laufen kann. Und wir wissen auch, welche Mannschaften auch vielleicht noch besser besetzt, wie wir auch die eine oder andere Durststrecke in dieser Saison hatten. Und deswegen hat mich geärgert, dass wir keine 100 Prozent auf den Platz gebracht haben an dem Tag. Und das ist das aller, aller Entscheidende. Wenn wir 100 Prozent auf den Platz kriegen, können wir punkten. Wenn nicht, dann holen wir wenig Punkte. Und die Botschaft, die haben wir der Mannschaft auch weitergegeben. Da waren wir sehr selbstkritisch, wie wir immer sind. Und nochmal, wir wissen ganz genau, wir haben keine gute Leistung gebracht. Auch wenn wir das jetzt heute schon öfter gehört haben. Aber wir haben am Samstag ein Spiel vor uns, das wir erst mal beeinflussen könnten. Und das wir, bevor das Spiel angefiffen wird, noch nicht verloren haben. Wie viele Auswirkungen, positive auch so im Befinden erwarten Sie denn allein durch die Tatsache, dass wir wieder einigermaßen vernünftiges Wetter haben, dass man diesen Geruch von Gras wieder mal in der Nase hatte. Macht das was aus? Macht unglaublich viel aus. Ist ein richtig gutes Gefühl. Wenn man Anfang der Woche hierher kommt und weiß, man darf auf einem Rasenplatz trainieren. Ja, und nicht wie in den Wochen vorher, dass man gar nicht weiß, wo man überhaupt trainieren kann. Ich habe vor dem Spiel letzte Woche gesagt, es darf uns kein Alibi geben. Andere hatten auch schwere Bedingungen. Ja, so ist es auch. Und trotzdem wird uns jede Trainingseinheit auf dem normalen Untergrund unglaublich gut tun, unseren Rhythmus zu finden. Weil seit Januar hatten wir keinen Trainingsrhythmus, jedenfalls keinen Bekannten oder Gewohnten. Nochmal, ist aber keine Ausrede. Ist nur eine Analyse. Ja, wir wollen besser Fußball spielen wie letzte Woche. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir das auch zeitnah tun werden. Auch wenn Sie jetzt wahrscheinlich nicht konkret werden, das kennen wir und das verstehe ich auch ganz. Aber könnte es sein, dass wir am Samstag den Zettel in die Hand kriegen und staunen werden, wo die Aufstellung draufsteht? Ab wann würdet ihr denn staunen? Ja, so vier, fünf Veränderungen. Ja, nochmal, wir haben noch tatsächlich zwei Trainingstage, haben gleich eine Videoanalyse. Wir sind heute im Stadion, das ist auch nochmal ein wichtiger Eindruck. Eine Idee haben wir jetzt schon im Kopf. Wir werden nicht alles über den Haufen werfen, das kann ich jetzt schon sagen. Und trotzdem sind die zwei Tage auch nochmal wichtig, wie weit wäre Julian Guttau. Er hatte zwei Tage richtig gut trainiert. Ja, in der Verfassung, wie er sich im Training präsentiert hat, kann er uns immer helfen. Ja, müssen wir aber auch gucken, ob wir verletzt dann riskieren würden. Das sind halt so die Dinge, also fünf Änderungen, die habe ich aktuell nicht im Kopf. Aber die eine oder andere natürlich und werden wir dann mal gucken, wie wir das angehen. Ich habe jetzt nochmal zu dem Thema 100 Prozent auf den Platz gegeben. Sie haben ja auch gefordert, dass man in der Trainingswoche, die jetzt kommt, noch eine Reaktion in der Mannschaft sieht. Hat man denn auch die 100 Prozent jetzt in der Trainingswoche bei Ihren Spielern gesehen, dass der Vollgas ist, dass man sagt, okay, wir hatten ein blödes Spiel und jetzt aber jetzt erst recht? Ja, na klar. Ich meine, es ist bei den Jungs ja wie bei uns im Trainerteam auch. Die freuen sich einfach, dass wir jetzt mal wieder normale Trainingsbedingungen haben, auch wenn der Platz jetzt nicht perfekt ist. Und die Jungs sind auch generell immer sehr, sehr selbstkritisch. Also da war jetzt keiner, der hergekommen ist und hat gesagt, wir haben ein Riesenspiel gemacht. Ganz im Gegenteil. Wichtig ist halt nur, dass wir dann ja nicht nur montags, dienstags eine ansprechende Leistung oder vielleicht mittwochs noch zeigen, sondern dass das so ist, das wird auch ins Spiel übertragen. Und dafür trainieren wir ja auch. Und das ist uns nicht immer gelungen. Das wissen wir auch. Und deswegen ist es besonders, jetzt am Samstag das zu zeigen, dass wir das auch können, weil die Reaktion im Training, die ist durchaus da. Aber nochmal ist auch eine ganze Menge Freude da, weil wir bei den Bedingungen jetzt mal wieder arbeiten können. Über Punkte wurde jetzt schon viel geredet. Trotzdem nochmal eine Frage zum Thema Punkte. Es wird immer, hier in Halle ist die 46 eine magische Zahl. Aber wenn man jetzt so guckt, in der Vergangenheit brauchte man nicht zwingend 46 Punkte für den Klassenerhalt. Und diese Saison sieht es ja auch relativ so aus, dass es nicht zwingend dafür notwendig wäre, um die Klasse zu halten. Wie schätzen Sie das ein? Ist die 46 dieses Jahr die entscheidende Zahl? Oder reichen am Ende auch schon 40, weil unten ist ja ein bisschen Schneckenrennen? Ja, ist schwer zu beurteilen. Wir wissen nicht, wie der ein oder andere Verein dann wirklich aus Corona rauskommt. Was Insolvenzen betrifft, kann ich nicht einschätzen. 46 Punkte ist die Punktzahl, die wir am Ende der letzten Saison hatten. Womit wir die Klasse gehalten haben. Das ist unser Anspruch. Und darüber hinaus habe ich auch vor Beginn oder zu Beginn der Rückrunde gesagt, ich habe den Eindruck, wir sind einen Schritt weiter als in der Hinrunde und wollen gerne die 26 Punkte, die wir geholt haben, bestätigen. Das sind so erstmal unsere Ziele. Und das allergrößte Ziel ist natürlich, immer genug Luft nach unten zu haben. Das ist ganz klar. Sie sagten gerade, Sven Müller ist jetzt wieder zurück, erstmal im Einzeltraining. Hoffnung, dass er nächste Woche einsteigt. Inwieweit ist es denn perspektivisch, dass man sagt, dass er auch dann wieder im Tor steht? Wann schätzen Sie, wird das im April erst sein? Wird das noch im März schon, Mitte März? Wie ist also Ihr Zeitplan? Ja, den Zeitplan habe ich nicht. Ich möchte einfach immer wieder die Spiele bewerten, die Leistung und auch wie der ein oder andere Spieler, welchen Eindruck er dann im Training macht. Das ist bei Sven auch wichtig. Ja, wie wohl fühlt er sich dann nachher auch wieder? Und wie schnell ist er wieder am alten Leistungsniveau? Oder jetzt zu sagen, das kann im März oder April sein, hängt ja auch immer dann davon ab, wie die anderen Jungs da spielen zu der Zeit. Letzte Frage von mir. Papa hatte die Woche auch am Anfang zumindest Rückenprobleme. Jetzt ist er ja wieder im Training. Inwieweit hat das Auswirkungen, der Anfang der Woche, dass er die Einheiten verpasst hat? Beziehungsweise muss man sich da gar keine Sorgen machen, weil er sowieso so der absolute Kämpfer ist und auf die Zähne beißt? Ja, er hat ja jetzt permanent gespielt. Dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn ein Spiel einmal ein, zwei Tage fehlt. Wir waren froh, dass die Wirbel relativ schnell wieder eingerenkt worden sind und er dann gestern zurückgekehrt ist und hat dann gestern Abend gesagt, waren keine Probleme mehr da. Das gibt uns ein gutes Gefühl und dementsprechend nach den Eindrücken von gestern steht erstmal nichts im Weg, dass er auch am Samstag auflaufen kann. Ich muss nochmal aufs Schlimme. Ja, die Frage des Kopfes. Meppen war für meine Begriffe auch schon so eine Art Kopfspiel, weil wir dachten, naja, die machen wir schon weg irgendwie. Gerade jetzt vor so einem Spiel gegen den Tabellenletzten, also Lübeck, was machen Sie, um diese Mentalität gar nicht erst aufkommen zu lassen oder wenn sie schon da ist, die aus den Köpfen der Spieler raus zu prügeln? Also ich muss sagen, wir hatten den Eindruck nicht, die machen wir so einfach weg. Ich denke eher, das hängt dann vielleicht auch mit vergangenen Spielen zusammen und wenn man uns zugetraut hat, da zu gewinnen, ist erstmal positiv. Und das war auch unser Anspruch. Aber ich glaube, wir alle wissen, wie umkämpft jedes Spiel ist. Und das möchte ich auch nochmal, deswegen erinnere ich nochmal gerne an Lübeck. Es sind alle, was das für ein Fight war, wie viel Energie wir gebraucht haben, um das Spiel zu gewinnen. Und am Samstag wird eine Mannschaft hier sein, die auch alles geben wird. Da bin ich mir relativ sicher. Und für uns ist natürlich klar, dass wir ein paar Kleinigkeiten wieder verbessern wollen, die wichtig sind, weil wir auch Spiele gewinnen wollen. Weil deswegen treten wir an. Und ihr wisst alle in den Spielen vor Meppen, wenn die Partien dann oft unentschieden geendet haben, dann war ja selten so, dass wir total zufrieden waren danach. Also der Ehrgeiz ist groß. Und deswegen mache ich mir da keine Gedanken, dass wir jetzt einen Gegner unterschätzen würden, weil dafür sind die Spiele zu eng. Aber die Unentschieden sind ja meist auch gegen ordentliche Gegner zustande gekommen und gegen die vermeintlich Schwächeren. Ist irgendwo bei mir im Hinterkopf so eine Art Erfahrung. Die haben wir aufgebaut, da haben wir die Punkte hingeschenkt. Also ich kann es jetzt nicht konkret belegen, aber der Eindruck ist einfach da. Aber konkret belegen ist ja dann durchaus wichtig. Ich glaube, wir haben gar nicht gegen so viele Mannschaften verloren, die jetzt hinter uns standen in der Tabelle. Ich habe aber jetzt da keine Statistik im Kopf, da muss ich passen. Ich denke, Meppen war jetzt eine der wenigen Mannschaften. Wenn sich was verändert hat in den paar Rückrundenspielen, Mr. Heinz, wir haben gegen die Mannschaften, die wir in der Hinrunde verloren haben, unentschieden gespielt. Und mit Meppen haben wir damals einen Heimsieg gelandet. Das Spiel haben wir verloren von der Punktzahl ist sie die gleiche. Unser Torverhältnis ist, glaube ich, ein Tick besser. Aber viel mehr ist auch nicht passiert. Und jetzt ist wichtig, trainieren, Rhythmus finden, gute Spiele machen, Spiele gewinnen, damit wir alle dann auch in die Woche starten, ohne Frust, in die nächsten Wochen starten, ohne Frust. Dafür werden wir hart arbeiten am Samstag. Das ist klar, wo ich hinwollte. Ich wollte jetzt hier nicht anfangen zu stänkern. Nein, um Gottes Willen, alles gut. So, ja, wir haben ja vorhin schon gehört, wie viel so eine Atmosphäre ausmachen kann. Also, dass es draußen wieder die Sonne scheint, dass man den Rasen unter den Füßen hat. Trotzdem findet ja das Spiel unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt und wir haben keine Fans im Stadion. Gibt es da schon eine Perspektive für den Frühling? Ob es vielleicht, wann es wieder in Richtung Fans im Stadion geht? Ich habe da keine aktuelle Information, weil ich glaube, generell geht es erstmal um andere Lockerungen, die vielen Menschen ja hoffentlich Lebensfreude zurückgeben können. Da würden wir uns alle freuen, wenn es da in die Richtung was gibt. Aber wir sagen immer wieder, wir vermissen die Fans extrem. Ich war, glaube ich, hier in dem Stadion, wo richtig viel los war, nur als Gästetrainer. Ja, also es ist schon verdammt lang her, wo alle Fans dabei waren. Und das macht natürlich eine ganze Menge aus. Und an dem Tag, wo normale Bedingungen herrschen, ja, den sehen wir alle herbei. Und das wäre unglaublich toll, auch für unsere Fans. Ich denke, der ein oder andere, der frustriert es tief, wenn sie nur von zu Hause gucken können. Ja, vermissen wir extrem. Vielen Dank.